Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Stenberg Sim. Wir sind heute in Ingolstadt unterwegs. Da habe ich sogar ein bisschen eine formelle Berührung mit Ingolstadt durch meinen Vater, der Baulig gearbeitet hat. Und ja, jetzt machen wir heute mal den Bahnhof. Wir haben auch hier den Güterbahnhof mit dabei, der Rangierbahnhof. Hier noch die zwei eingleisigen Strecken, rechts am Ingolstadt Nord mit drei Anschlüssen, wobei der letzte Gleis drei eher für Güter ist. Und ja, zwei Güterzüge fahren hier unten gerade rein in den Rangierbahnhof. Stehen noch ein paar hier im Bahnhof. Ein Güterzug fährt gerade aus in Richtung Vorbach. Und das kommt von Regenswurgenzug. Ja, lassen wir natürlich mal kurz rein. Ich möchte auf gleich sieben. Ich werde dir das leider mal zurücknehmen. Du hast von mir Prio. Und fährt dann gerade wieder zurück nach Regenswurgen. Und wenn der durch ist, dann kann der Güterzug von da oben kommen. Er hat hier ein bisschen Regier gehabt vorhin. So, gleich 6. Ingolstadt Nord. Hier kommen wir auch gleich hin. Ja, stellen wir mal ein. Ich rufe erst nach da oben. Ingolstadt Nord. Und erledigt. Ja, jetzt ungefähr anderthalb Stunden habe ich hier schon mal ein bisschen geübt. Ist überschaubar. Nicht allzu schwer. Man hat hier einige Güterbewegungen inklusive Lockwechsel etc. Muss ein bisschen aufpassen, was man hier so Richtung Rohrbach schickt. Aber alles machbar. Da oben gibt es noch teilweise eine Kreuzung mit Weichneringen und Schopenhausen. Da haben wir das Gelb und Rot. Das sind die Linien da oben. Aber nicht so schwierig bis jetzt. Sagt er. Und eine halbe Stunde später gab es Chaos. Nein, ich hoffe mal nicht. So, 50, 4, 7, 3. Wo muss es noch mal hin? 47. Stelle ich dir gerade noch mal ein. Betriebshalt und fährt dann weiter nach Nord. Kriegen wir alles hin. Mal Stellwerk Sim angucken. Okay. Aber es ist nichts Spannendes. noch einer von Regensburg. Du bist nach Weichering. Mit einmal Lock umsetzen. Auf Gleis 50. Ja, wenn es sein muss. Oh, musste nur einen Moment warten. Da kommt kein anderer Kollege. Gleis 1 nach Weichering. Das geht wiederum. Einmal darüber bitte. Jetzt gucken. 10.08 Uhr. Werden Zug für Weichering. Bereit zum Abstellen. Ersatzlog 637. Nein, danke. Ich schicke den mal bis dahin, weil ich glaube da kommt gleich noch mal einer. Gleis 45 nach BW1. Wo ist BW1? Das ist da. Muss auch warten. Gruppe Nord. Oh, jetzt werde ich wieder zugeschissen hier. Gruppe Nord. Was willst du? Nord. Das fährt zwingend über 3 nach Ingolstadt Nord. Du kannst von mir aus schon mal da fahren. Ja, und jetzt kommt Weichering. Genau wie vermutet. Wo bist du? Wo bist du? Wartet auf die Einfahrt. Gleis 44. Ja, du musst nach unten. Schick dich mal nach da unten. Und ja, du wartest auf Einfahrt. Gleis 2 nach Robach. Fing mal hin. Fing mal hin. Perfekt. Nächste. Gleis 7. Fing mal hin. Ich will wieder nach... Oh Gott, ich warte mal bis es soweit ist. Fing mal nach Schrobenhausen. Oh oh. Genau das Gleis, was ich mir gerade zumach. Ja, wobei, er ist gerade am Einfahren. Das passt. Nicht wirklich, aber... Jetzt ist es zu spät zum Signal zurücknehmen. Ja, aber dann hätte ich ihn da einfahren lassen können. Oben rüber und wieder runter. Ja, jetzt ist es, wie es ist. Seht ihr? Der Chaos fängt gerade schon wieder an. 44. Äh, was was? Du kommst grad hier mal rein. Seien Sie bitte schnell. Das sind doch immer die besten Aussagen. Wenn dir die zwei... Ja, sei mal schnell. Gar nicht schneller als mein V-Max-Fahren. 5A. Schrobenhausen. Richtig eventuell oben schicken. Ja, mein Gott, das macht es nicht viel schneller. Lock bereits zum Umsetzen. Ist grad doof. Oh, jetzt kommt einer von Schrobenhausen. Der will auf den 49 runter. Okay, wir machen das anders. Der 5A. Der fährt da oben rein. 3, 7, 7, 3, 0. Ja, Weichenring. 7B nach Regensburg. Das geht grad nicht. Wobei, der ist da noch nicht wie am Vorsignal. Der schaltet jetzt um. 7, Regensburg. Achso, der wartet jetzt natürlich auf den da. Und dann einmal hier rein. Oh Mann, was ein Chaos. Okay, was machst du? Du willst nach BW. S403. Da unten will wir da auf die 50. Wie machen wir das am doofsten mit dir? Machen wir das mal so. Ja, nicht stressen, Kollege. Okay. Chaos, 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 Chaos. Okay, er ist drin. Er kann dann hier eins weiterfahren. Der muss dann kurz warten. Zug von Rohrbach. 345. 345 steht bei mir was. Äh, warte mal. Du bist noch BW1. 45. Ich tu doch mal kurz schummeln. Machen wir das kurz so. Na, das ist... Eigentlich ist das jetzt dumm wegen dem Einzug da oben. Komm, Rohrbach. Du fährst mal ein. Es wird kuschelig da unten. Ja, der nächste. Von Rohrbach. Das finde ich ein bisschen uncool. 47 macht nur Betriebshalt. Ingolstadt Nord. 47 ist... Will ich loswerden. Tschüss. 47. Vorzeitige Abfahrt. 50 macht der jetzt ja grad den Lock-Wechsel. Warten wir schnell, bis der ausgefahren ist. Dann haben wir da. 654. Der will auf die 44. Einfahrt. 86543 da oben. Der will nach Schrobenhausen. Erledigt. Alter, ich kümmer mich jetzt nur um Gütezüge hier. Gut, mit kleiner Ausnahme da oben. Gut, komm. Martin vom Racker. Ich werde das Gleis frei haben. Gut, komm. Gut, komm. Da fühlen wir mich grad wieder gestresst hier. Gut, komm. Ich werde das Gleis frei haben. Scheiße. Warte mal, du warst hier für BW1, ne? Ja. Fahr mal da rein. Das war die Lock für da unten. Du fährst mal auf 49. Du fährst mal auf 49. Du fährst mal auf 49. Du kannst auch eins weiter fahren. Danke. So. 4,59. Ist was für einer. 4,59. 3,0. 2,50. Ja, komm. bei den DSBL. Ah, den Song habe ich jetzt schon so oft gehört. Anderer Song. Klar, es ist 45. 45 haben wir. Ja, passt. Weiter mit. Ah, shit, da kommt das ein BW1. Ja, gut. Muss warten. Und du? Kannst du noch da hinten fahren? Da bin ich noch 44. Du fährst nicht noch 44, du fährst noch 43. So, dankeschön. 9, 4, 7, 5, 4. Du hast Übergang, Rangierfahrt. Du fährst noch 73, 75. Wo ist das? Ach, da unten. Du fährst noch 48. Was ich mir jetzt selber blockiert habe, irgendeine Rangierfahrt. Gut, ich stelle es schon mal ein. 44 nach Regensburg. Geht gerade auch nicht. Wetter mal 44 auf 101. Wann noch manch mit Lockwechsel. Du musst noch ein bisschen mehr machen. Okay, schräg. Warum so? Wieso machst du das nicht... Wieso machst du den Lockwechsel nicht gerade direkt auf 44? Okay. Nee, das geht mir gerade nicht ein. Ob der das so machen will. Okay. Beg die Einfahrt. Ich bin gerade froh, dass es mit dem Personenverkehr gerade ruhig ist. Oder einigermaßen ruhig. Wenn wir es mal nicht mit dem 50er noch fertig machen. Bevor wir da mit dem oben den nach hinten reinschicken. Gut, er steht. Kuppel am Gleis 45 mit 4, 7, 3, 2, 0. Wie viel ist denn das? Weißt du was? Du wahlst mal ganz kurz noch. BW1 meldet sich. Ja, gut. Annehmen. Gleis 45. Und er kann jetzt auf die 50 hier runter. Rohrbach. Ja, geil. Fährt auch nach Regensburg. Können Sie bitte weniger Gütezüge gerade mal schicken. 5, 2, 7, 2, 7. Gleis 45. Das wird nichts. Gleis 46. Sobald der Matanallok da drin ist. Okay, 48 kann weg. Mindestens einer weniger. Ingolstadt Nord. Gleis 3. Hallo, Fahrstraße. Oh, das ist richtig zu spät. 6, 3, 7, 2, 4. Habe ich den schon irgendwo? Warte, das bitte einmal ganz kurz. In der CD weiterfahren, bitte. Oh, netter Song. Gut, gekuppelt. Gleis 48. 40 fährt weg. 45 war... Warte mal, die Locker sind. BW1. Das war die da. Über 40, über 40. Ja. Kollege. Mach mal dich als nächstes. Ach du heilige. Na gut, das ist wenigstens... ...der Sohnen. 50 ist wieder bereit. Wir werden nach weichem Ring dann fahren. Ich dachte, es wäre ein bisschen ruhiger heute. Aber nein. Schellberg sieht man so, ah, bravo, man nimmt auf. Jetzt scheißen wir immer so richtig zu mir Güternzügen. Kann ich eigentlich sonst noch irgendwas früher loswerden? 43 fährt noch weichem Ring. Ob die Richtung, die mir so gar nicht passt. Berg sieht 45. Witzig. Ja, gut. Yay. R.E. Ich werde ja wenigstens mal auf die 1 jetzt. Auf Verspätung. Warum wohl? 50 ab. Es wird nicht klappen mit einer Ausfahrt. Okay, der nächste Güterzug da oben. 4, 5, 9, 3, 0. Ach, 52. Nach Ingolstadt-Nord. Ah, weißt du was? Du fährst so. Ganz gerade durchfahren, Kollege. Riecht dich jetzt nicht da unten rein. Und dann freut sich der Intercity. Yeah, Ingolstadt-Nord. Gleis 2 dieses Mal. Oh, Wahnsinn rein, bitte. 6 Minuten Verspätung. 46 wieder. Ah, Ingolstadt-Nord. Ähm, weißt du was? Du fährst. Du fährst mal so. Und ich stelle das da auch schon mal ein. Noch keiner weniger. Es wird händelbar. Ja. Es wird händelbar. Komm, Lok. Ich fahr mal ein bisschen schneller da hinten. Sehr furchtbar, wie lange die da brauchen vom Baby. Gut, ich weiß nicht, was da hinten in der Realität ist. Aber es sieht jetzt gar nicht mehr so weit aus. Bist du mein Intercity? Nein, er ist da hinten. Okay. Okay, was bist du für einer? 6, 3, 7, 2, 4. Du wirst auf 46. 46. Können wir machen. Wir gleich frei. R1, Ingolstadt-Nord. Ja, musst warten. Aber ich kann es dir schon mal einstellen. Intercity kommt zuerst. Und FR. Er fährt durch. Gut, gebe ich dir. Dann kommst du da schon bei Düsen. Wiederholung da oben auch schon mal. Und Zug erledigt. Und noch einer von Robo. Ah, der will auch da runterfahren. 7, 8. Ach, Leute. Cool, ein Fahrt. Teilen Sie mal schnell. Weil Express. Die Zeiten heute wieder. Keinein einzig. Okay, ist er pünktlich. Ja gut, das ist Ersatzlog. Das gilt nicht. Ansonsten alles mit Verspätung. Ah, den 44 muss ich mir irgendwann nach Regensburg schicken. Ach, nee. Der macht zuerst das da hinten. Nice, 44. Nerv nicht. 6, 3, 7, 2, 9. Nee, warte mal bitte noch. So, Intercity durchfahren. Gib Gas. 7, 2, 2. Ah, eine Minute. Ja, hätte schlimmer sein können für den. Ah, die Ersatzlog. Die musste ja auf 45. 45, ja. Das machen wir mit 44 weiter. Heute tut es nicht nerven. Komm her, Satzlog. Du wenden. Hinter dir ist frei. Log, bereit zum Abstellen. Wo bist du hin? Noch BW-3. BW-3 von 46. Kein Problem. Los geht's. Und dann haben wir noch Gleis 2. Der will dann auf R4 da oben hin. Ich stelle es dir schon mal ein. Und auch da oben. Zug erledigt. Gleis 50. Genau, nach Weichering. Oder soll man den zuerst mal schnell wegfahren lassen? Oder soll man den zuerst mal schnell wegfahren lassen? Vielleicht wäre das gar nicht mehr so unschlau. Er ist 50. Das machen wir mal. Erst dann hier nach oben. Und dann da rein. Wäre halt noch ein Zug weniger. Gut, von den Regen her ist es ja eh wichtig. Zugfahrt vor der Skierfahrt. Und der da oben will eine Rangierfahrt machen. Die ich nach wie vor nicht so verstehe, warum er das so macht. Oh, der ist schnell weg. Sehr gut. Gut. Gleis 44, 101. Machen wir mal das Komische, was du da tun wirst. Ja, jetzt nervt auch nicht. Mein Gott. Bist ein Güterzug. Das Spiel macht mich ein bisschen aggressiv hier. Oh, da kommt einer von links. 3, 5, 9, 2, 8. Über Gleis 2 nach Not. Du bist auf Gleis 5. Bitteschön. 42 will dann auch noch Weichenring. Den könnten wir gerade hinterher schicken. Und dann wird es wieder überschaubar. 45, Berg Süd. Ja, weg mit hier. Achso, der will dann noch BW3. Bitteschön. muss ich dir noch eins weitergeben oder reicht das da bei 101 nein es kommt schon wieder was neues 55 58 das ist da oben was wollt ihr 52 er wird nach Rohrbach fahren wenn es sein muss aber von Rohrbach kommt auch wieder einer Sonde 1 Füllstandsmessung zuerst auf Gleis 50 ach da ist Sonde ah ok das ist neu ja gut haben wir halt noch einen für da unten 46 46 63 ja da kommen wir rein ja ja oh shit 654 ne falsch PB1 ich konnte dich gerade nicht annehmen was was ich schicke dich nochmal eins weiter ok was bist du für einer 41956 bin auf Gleis 48 weißt du was du kannst nach Rohrbach fahren Gleis 45 ne warten danke jetzt kann ich den aus dem Baby annehmen Baby 1 46 die Verzöger steht ja ja da kriege ich dich leider gerade nicht hin muss man warten auf den einfahrenden Zug 5 Ingolstadt Nords ja weg mit dir 40 weichen ring geht halt auch noch nicht 101 Regensburg achso warte mal jetzt müsstest du weiter noch manch darunter so ein schräges Manöver ich glaube die Ersatzlog die naja es wäre schon schlauer wenn ich die da rein mache aber dann schicke ich vielleicht den für weichen ah jetzt kommt einer na jetzt kommt einer von Regensburg oh sag mal Personalwechsel gleich 7.40 Mann ey ach man Igolstadt testet mich heute ich meine ich habe mich auf Abwechslung gefreut aber dass ich dann gerade so dicht gemacht wäre mal schnell weichen ring na soll ich das machen soll es nicht machen 1033 das ist schon mega verspätung ne ähm ist schon mal eingestellt Ingolstadt Gleis 45 ich habe euch auch gern über Gleis 8 wann wird es denn hier mal frei lock bereit zum umsetzen was bist du für eine lock achso das ist die lock für da hinten du kannst du kannst somit dann nirgends wo hin da wartet noch eine andere Ersatzlog dann warten wir auf die ausfahrt und dann rangier weiter machen mal schauen da 8 3 8 8 5 er möchte dann durchfahren und endlich 43 ausfahrt weißt du was einmal schon blockieren Schrobenhausen kommt jetzt daher 5 ah ok Personzug Gott sei Dank dass ich dem jetzt gerade seinen Weg versperre ja gut keine Kreuzung 5 eingestellt wäre es der fährt wieder zurück um 11.10 Uhr gut da haben wir ja noch ein bisschen Puffer so schauen wir mal 8 3 8 8 8 3 8 8 2 ah das ist der mit der Sondenvater 50 da oben ah den muss ich jetzt auch noch reinlassen was genau tun die da messen ist der Tankwagen hinten dran und nachdem dann endlich doppelrangieren hier kommt mit Gleis 45 45 steht was ganz anderes warten und der Personenzug hätte da vorne jetzt ausfahren sollen warum jetzt schicke ich da einen Güterzug durch nein 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 block bereits zum abstellen was bist du jetzt zu für einer B7 3 2 0 du bist noch BW 1 warum ausgerechnet da runter wo jetzt dicht ist kannst du nicht irgendwo anders reinfahren ach man man Ingolstadt ärgert mich was soll denn das ja warten Kollege kommt was von Ingolstadt 2 3 31 31 10 43 das sparen wir uns dann fahren wir gerade durch ausfahrt einstellen und als nächstes du da rein 44 CSQ ja weiß was komm später wieder jetzt kann auch der von Schrobenhausen einfahren und dann endlich Platz zum rangieren oh der Lokführer wird mich hassen da oben auf der R4 yeah noch ein Zug aus Regensburg yeah noch ein Güterzug für 44 ach man sag mal darf ich dann hier mal irgendwann mal rangieren das kann es doch nicht sein ich will doch noch die Züge loswerden so mal schauen wir mal 50 Sonde 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 und dann gleich 90 ist da hinten 50 Sonde Sonde S90 Ingolstadt Nord Gleis 3 ach nee bitte nicht 3 Mann ich glaube es ja nicht ich glaube es ja nicht das ist ja seit 3 Minuten ja wenn du wüsstest gut das ist der Obo mein Fehler ach ja gut man könnte hier diesen Rangier Cheat machen was man falsch macht aber das mache ich jetzt mal nicht yeah Zug aus Rohrbach 3 37 47 hat auch ja ah welche Kopfweh Mann das kann doch nicht sein wie viel Güterzug gefahren denn hier Mir fühlt sich an wie Maschen hier, nur ein kleiner. Schickt es mal Intercity, Regionalexpress oder sowas. Aber keine Gütezüge, bitte, danke. Für einen Moment. Ich weiß nicht mehr, wo hin mit den ganzen Zügen. Oh, endlich. Oh, da rauf. Eins von zwei. Ingolstadt-Nord. Sagen wir mal. 90. 49. Ja, weißt du was? Ich parke dich woanders. Ich habe jetzt keinen Platz. Du gehst jetzt hier mal auf die 31, wenn du da schon nach Rohrbach musst. Keine Lust jetzt. Bereit zum Abstellen. Wo bist jetzt du hin? BW-3. Ja, wenigstens mal ein anderes BW. Von 44. Ich muss jetzt trotzdem warten. Die stellen wir da oben auch ein. Der dann auf die 46. Du kannst da mal eins weiterfahren. Dich kann ich loswerden. Weißt du was? Du fährst dann so. So. Und so. Und so. BW-308. Das war da oben. 46. Komm. Fahr da rein. Das ist mit der Sonnenvorschein auch zu funktionieren. Wird zumindest da unten angezeigt. Der wird dann wieder zurück auf 50. Ist gut. Gruppe Nord. Was wollt ihr jetzt hier? Nord-Ausfahrt. Äh. Ingold statt Nord. Ähm. Musst warten. Aber man kann es dann hier auch ausfahren. Tschüsskowski. Yeah, er ist drin. Ersatzlog. Das war die. Und du musst da wieder auf den Munch dahin. Das heißt. Einmal so wieder. 43 Regensburg. Geht gerade nicht. Wartet er auf 31 registriert oder fährt er noch? Er fährt noch. Schon wieder ein Zug aus Regensburg. Ob ich das einfach so ein Zug. Gleis 7. Na Gott sei Dank. Gleis 7. Gleis 45 mit 47. Ja, 45. Wo ist 45? Ja, passt. Wo kommt der? Das hat. So. 73, 75. Was von mir. Haben wir Bedarf. Im Gegenteil ist bis. Gleis 43. Gleis 43 ist dicht. Ranschiebe gleich für so ein Zugende. R1. Ach nee. Der macht hier das Rangierzeugs da unten. BB 1. Gubbel mit. Der wird auf 45. 50. So, weißt du was. Weißt du gerade mal da drauf. Machen wir das schnell. Ja, dein Skibahnhof ist einfach dicht. Wobei 73, 75. Der will auf R1 fahren. Du kannst. Du kannst. Wir machen das anders. Damit ich dich da oben ausfahren lassen. Nee. Du musst einmal da runter. Check ich mal auf den 49. Ingolstadt Nord. Das. Naja. Der wird noch Rohrbach. Ja, komm. Fahr durch. Ich will dich hier nicht sehen. Yay. Der nächste. ICE. Gut, komm rein. Wenigstens ist der Personenzug. So, du Kollege. Fährst wieder da auf dein Zeugs da rein. Wo klingelt es denn jetzt? Ach, da oben. Ja. Ja. Da ist eins. Kriegen wir hin. So, schicken wir mal So, es passt 43 und 46 Wollen wir jetzt nach Regensburg Wollen wir gleich abarbeiten Ja, der hat seinen Außerplay-mäßigen Halter oben Weißt du was, das ist jetzt bitte die 31 Das kann ich gar nicht einstellen 90, auch nicht Gut, tun wir mal ignorieren Sorry, ich hab dir das hier gleich zurückgenommen 43 Regensburg, komm Wir machen das jetzt zuerst 43 Regensburg Der 50176 Der wird auf 47 Aus dem Weg gerade nix Aber da muss er aus dem Weg Am Intercity Leute, nervt's nicht Komm, 43, komm in die Gänge Ich hab keine Zeit Ähm Ja, da steht das auf 94 Ja Yay, der nächste gekuppelt Von Munch auf die 101 Mit Spaß macht Fahr wieder da rein Da ist immer 40 Nein, geht grad nicht Äh, nee Andere Song Danke 44 637 29 Ähm Mist, war's Das, wir mal kurz alle in Ruhe Ich kümmere mich mal kurz um die Bestandsachen hier Cool, erster Weg 48, Ingolstadt, Nord Weg mit dir So, für den Intercity Weiterfahrt Es wird immer schlimmer hier 46 Fährt dann auch Regensburg Stell ich jetzt auch schon ein Und 49 fährt dann auch da oben hin Ingolstadt, Nord 4,5 Ist noch einer Alter Das gäb's doch nicht Das ist ja heftig hier Hilfe Da wird jetzt auf Gleis 50 hinrangieren Ja, das geht grad überhaupt gar nicht Okay Liebe Leute Ich glaub An der Stelle Belassen wir's mal Ich mach hier noch ein bisschen Chaos Beseitigung Aber Ingolstadt Er hat's grad ein bisschen in sich Mit seinen Güterzügen Meine Benotung Von meiner Leistung Von 1 bis 5 5 ist das schlechteste Würde ich jetzt mal sagen Das ist eine Knallharte 4 minus 5 jetzt Noch nicht Aber Hui Da kommt mir mit den Güterzügen Hier ein bisschen ins Schwitzen Hättest nicht gedacht Dass es gleich so viel wird Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß macht Zum Zuschauen Bis dahin Ich wünsche euch noch Eine gute Fahrt Macht's gut Ja, liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload Hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr Bis denn dann Euer Brabura Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss